Du hast Bock, mein Leben zu retten? Kein Problem, das geht! Und zwar ganz entspannt, ohne Superkräfte oder anderen Schnickschnack. Alles, was du dafür brauchst, ist ein kleines bisschen Zeit und deinen Mund. Der erste Schritt ist super schnell gemacht. Als möglicher Stammzellspender kannst du dich bei der DKMS ganz easy online registrieren. Du füllst einfach einen kurzen Fragebogen und das Bestellformular aus und keine Sorge, es gibt keine kniffligen Fragen. Du gibst einfach nur Dinge wie Größe, Alter und Gewicht an und sagst, ob du in einer chronischen Erkrankung leidest. Mit der ist eine Registrierung und somit eine Spende leider nicht möglich. Ansonsten einfach ein bisschen Geduld haben und schon hast du Post. Im Brief der DKMS befindet sich dein persönliches Lebensretter-Set. Das besteht unter anderem aus einer Einverständniserklärung, die du unbedingt unterschreiben musst. Einem Rücksendeumschlag und, ganz ganz wichtig, drei Wattestäbchen. Und mit denen hier geht's auch direkt weiter. Damit die DKMS auch ganz sicher einen brauchbaren Wangenabstrich von dir kriegt, kommen die hier der Reihe nach alle einmal in deinen Mund. Schnapp dir also einfach das erste Stäbchen aus der Verpackung. Aber unbedingt darauf achten, dass du das obere Ende dabei nicht berührst. Und los geht's. Führ das Stäbchen in deiner rechten Wangeninnenseite entlang von oben nach unten. Dabei gerne auch ein bisschen rotieren. Das Ganze muss dann 60 Sekunden lang so gehen. Führ das Stäbchen auch gerne mal in den Bereich zwischen Zahnfleisch und Wange und auch gerne mit ein bisschen mehr Kraft vorgehen. Ist übrigens auch gar kein Problem, wenn du vorher was getrunken oder gegessen hast. Es geht nämlich nicht um deinen Speichel, sondern nur um das Zellmaterial. Ist die Minute rum, kannst du das Stäbchen wieder rausnehmen. Danach musst du es für mindestens fünf Minuten trocknen lassen. Du kannst es entweder einfach in der Hand behalten oder in einem Glas abstellen. Achte aber darauf, dass der obere Teil mit nichts anderem mehr in den Mund kommt. Und das Gleiche machst du dann mit dem zweiten Stäbchen auf der anderen Seite. So und nach 60 Sekunden nimmst du jetzt das dritte Stäbchen und gehst überall dahin, wo du mit den ersten beiden noch nicht warst. Zum Beispiel in dem Bereich zwischen Oberlippe und Zehen. Und während du fleißig deine Zellen sammelst, kannst du auch direkt eine kleine Instagram-Story machen und schön die DKMS darin verlinken. Bist du mit allen Stäbchen durch und hast sie fünf Minuten trocknen lassen, dann steckst du sie einfach mit dem Kopf nach unten zurück in die Setcard, klebst einen Aufkleber von der Einverständniserklärung auf den Umschlag drauf und packst dann alles zusammen mit der unterschriebenen Einverständniserklärung in den Versandumschlag. Der geht dann ab in die Post. Ganz entspannt, oder? Und wenn du jetzt direkt Lust bekommen hast, dich zu registrieren, dann klickst du einfach hier und wenn du sehen willst, was nach der Registrierung passiert, dann guckst du dir das Video hier an. Zeit treffer 3 4 Die viel 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 ил viel 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 бли